Dass jetzt im Hintergrund auch schon Gespräche darüber laufen, Papadopoulos soll gerne bitte in Hamburg bleiben, Ablösesummen werden, prokurziert, stört sich das oder ist das ganz normal? Das ist ganz normal, wenn du gute Leistung herbringst, dass der Verein dich kaufen will. Ich bin froh hier, gefällt mir sehr gut der Mannschaft, der Verein und ich würde gerne bleiben, aber nicht alles in meinen Händen.